Hi ihr Süßen, ich habe gerade das kommt ihr nach Köln Video gedreht und ihr hattet oder jemand hatte sich auf meinem Kanal gewünscht, dass ich ein Parfumsammlungsvideo mache. Und ja, ich muss halt so sagen, wirklich Parfum habe ich nicht, sind halt mehr Pröbchen, aber okay. Und zum Start meines Videos habe ich mir dann direkt mal das Parfum auf den Fuß fallen lassen, beziehungsweise genau auf den Zeh und sitze jetzt hier mit einem Kühlpack und das tut echt weh. Voll auf den Zeh geknallt. Scheißteil. Ja, das war der Übeltäter. Fangen wir mal direkt an. Ich habe mir dieses Parfum auf den Fuß fallen lassen und irgendwie ist er, glaube ich, direkt mit der Spitze oder Ecke irgendwie auf den Fuß geknallt. Total doof. Also das ist das Scarlett von Cacharel in so einer kleinen Mitnehmenbox. Und das riecht sehr blumig und ich habe es damals bei Diana entdeckt und als es bei Müller für 8 Euro reduziert war, habe ich das dann gekauft und hatte euch das auch für meinen, für meinen, ich sag mal schnell, Contest-Dingens-Video, habe ich das auch, glaube ich, mitverlost. Da hatte ich euch eins mitgekauft. Ja. So, ich muss mal eben den Strom anstellen. Ja. Gut, dann habe ich von meiner Freundin zum Geburtstag ein Parfum geschenkt bekommen. Und das sieht so aus. Total süß. Mit Tinkerbell drauf und so ein Schmetterlings-Gedöns. Und das ist so, so grenzwertig lecker. Also ich bin jetzt ja nicht so für das, was ich bin. Total süße Parfum. Es riecht irgendwie gut und irgendwie ein bisschen nicht. Aber die Verpackung ist auf jeden Fall total niedlich. Ja, ich bewahre meine Parfums in den Kartons auf, soweit ich welche habe und habe sie dann noch in einem Schränkchen stehen, sodass da jetzt nicht unbedingt was umkippen kann. Dann habe ich das aus Oliver Casual Women. Das finde ich hat auch einen sehr, sehr leckeren Duft. Halt relativ frisch und ich weiß, dass es ein teures Parfum gibt, das so ähnlich riecht. Aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Aber das mag ich auf jeden Fall auch sehr gerne. Ich meine, die meisten Parfums, die ich besitze, mag ich auch sehr gerne. Deswegen ist das eigentlich ein Quatschsatz. Aber nun ja. Dann habe ich... Mal eben gucken. Also eigentlich mag ich überhaupt gar keine CK Parfums. Also Calvin Klein Parfums finde ich eigentlich fast alle irgendwie total ekelhaft. Ja, sorry. Ist so. Es gibt aber eine Ausnahme und das ist dieses Euphoria von Calvin Klein. Das ist ein total süßes und schweres Parfum. Und eigentlich hasse ich solche Parfums. Aber bei diesem mag ich es irgendwie. Aber das ist zum Beispiel ein Parfum, das ich nur im Winter benutzen würde. Im Sommer mag ich das überhaupt gar nicht. Und jetzt gibt es noch eine, da habe ich ein Prübchen von bekommen. Das ist ein Forbidden... Nicht ein. Das ist das Forbidden Euphoria. Und das riecht ähnlich, aber ist ein bisschen leichter. Aber nicht... Aber nur ein bisschen. Also es ist trotzdem noch ein schweres, süßes Parfum, aber ein wenig leichter. Würde das jetzt... Wäre das jetzt ein preiswertes Parfum? Und das meine ich jetzt nicht unbedingt negativ. Aber bei preiswerten Parfums wirkt der Duft schnell billig. Man riecht schon, also ich zumindest, riecht schon den Unterschied zwischen billigen Parfums und teuren Parfums. Ist nicht immer so. Aber häufig. Also ich verstehe schon, warum manche Parfums sehr teuer sind. Das riecht man ihnen nämlich an. Finde ich. Und... Also das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Irgendwann mal zu besitzen. Weil es ja so ein Zwischending ist. Zwischen ziemlich schwer und süß. Aber trotzdem ein bisschen leicht. Nun ja. Dieses habe ich hier auch als Pröbchen bekommen. Das ist Schock von Calvin Klein. Und das ist so... Ja... Grenzwertig. Da... Das muss ich mir, glaube ich, nochmal in... Natura zu Gemüte führen. Den Duft. In der großen Flasche. Bei den Pröbchen riecht es ja manchmal ein wenig anders. Also da kann ich noch nichts zu sagen. Dann habe ich zwei Essence Parfums. Äh, so rum. Zwei Essence Parfums aus der Surfbabe LE. Die mag ich beide auch sehr gerne. Wobei ich das Lila eine lieber mag als das Blaue. Ähm... Ja, das ist so eine... Das ist mehr so ein... Ja, ein Parfum ist eigentlich übertrieben. Weil es eigentlich überhaupt nicht lange hält. Wenn du den drauf sprühst, den Duft. Deswegen sprühe ich es meistens in die Haare. Weil sich da der Duft länger hält. Hubert, ich muss ja eben lesen. Ächuh. 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 Scheiß Allergie. So, dann habe ich ja... Habe ich euch gezeigt. Mir dieses Benefit Parfum gekauft. Lili. Was ich auch irgendwie total süß finde. Und da habe ich euch ja versucht, den Duft schon zu beschreiben. Also ich bin da echt schlecht drin. Und das ist so zum Aufschrauben. Und dann tut man sich das drauf. Und ich weiß nicht. Das hat echt einen ganz besonderen Duft. Und ähm... Ja, schon auch irgendwie blumig. Aber ich bin wirklich schlecht im Parfum beschreiben. Beziehungsweise im Ausdrücken. Ich verstehe schon, wie der Duft riecht und wonach. Aber ich kann es halt nicht in Worte fassen. Silver Rain. Der ist auch geil. Der ist von... La Prère. Ich weiß es nicht, wie man das ausspricht. Aber ich finde die Verpackung schon ziemlich cool. Ja, ich bin ein Pröbchen-Junkie. Und der hat auch so einen süßlichen Unterton. Aber trotzdem frisch. Ah, apropos süßchen Unterton. Frisch. Das neue Parfum von 4711. Köln-Schwasser. Oh Mann. Das riecht auch richtig geil. Also das muss ich mir, glaube ich, kaufen. Dieses neu aufgelegte. Und dieses Parfum liebe ich über alles. Den Rest hat mir meine Mama geschenkt. Also da ist wirklich nur noch so ein Tröpfchen drin. Und das ist Femme von Boss. Von Hugo Boss? Ne? Ja, egal. Das ist auch so ein richtig geiler Duft. Rosig, blumig. Der riecht echt total toll. Dann habe ich meine Mama, ja, das wisst ihr ja, meinen Coco Chanel Mademoiselle geschenkt bekommen. Und ich liebe diesen Duft einfach. Der ist so toll. Mein Problem ist allerdings, dass ich im Moment ihn auf mir nicht riechen kann. Das nervt mich echt tierisch. Ich kann ihn an anderen erkennen und finde ihn auch total lecker. Aber ich kann ihn auf mir nicht mehr riechen. Das ist sehr unangenehm. Leider. Dann habe ich dieses Max Pure Alive. Das habe ich aber schon ewig. Riecht aber immer noch gut. Also so diese Max Parfums sind eigentlich ganz, ganz gut. Finde ich, weil sie, oder auch diese S. Oliver Düfte und so. Weil sie teilweise halt diese frische Note haben. Das mag ich eigentlich ganz gerne, wenn man frisch geduscht riecht. Dann habe ich dieses More & More. Das finde ich auch sehr lecker. Das geht mehr in die blumige Richtung. Und ein bisschen süßlich, aber... Ja, ich meine, das sind jetzt natürlich preiswerte Parfums. Finde ich jetzt aber nicht so schlimm, weil die Düfte, finde ich, ganz gut gemacht sind. Aber sie halten halt da nicht so nah, nicht nah. Dann habe ich eins, und das habe ich mich auch irgendwie total verliebt. Aber irgendwie auch in den Prübchen. Das ist dieses... Ach nee, Moment mal. Vergesst es. Ich meine das andere. Also dann habe ich noch dieses hier von Yves Saint Laurent Saharien. Weil... Das ist so ein bisschen... Ja... Ist mir wieder ein bisschen zu schwer. Also nicht alle Prübchen, die ich habe, habe ich freiwillig bekommen. Dann ist das dieses Süße von Escada. Das finde ich eigentlich auch ganz nett, aber würde ich mir, glaube ich, jetzt nicht kaufen. Aber in dieses Parfum, und das meine ich jetzt vollkommen ernst, habe ich mich total verliebt. Das riecht so geil. Ich kann es... Also... Ich finde dieses Parfum einfach nur total geil. Idyll von Guerlain. Ist irgendwie... Ist, glaube ich, 50 Euro. Oder 60. Aber ich glaube, ich komme nicht drumherum, das mal zu kaufen. Weil das finde ich richtig, richtig lecker. Oder zum Geburtstag. Ich liebe dieses Parfum. Ich finde das so lecker. So, was haben wir denn eigentlich? Oh, noch ein paar Prübchen. Oh Mann. Ihr wolltet es sehen. Dann habe ich festgestellt, dass ich auch das J'adore ziemlich, ziemlich, ziemlich lecker finde. Das gefällt mir echt gut. Ja. Da müsste ich mir, glaube ich, auch mal eine Flasche von wünschen. Das mag ich auch sehr gerne. Es hat so einen blumigen Duft und ich weiß auch nicht... Ja, Magnolia ist drin. Ich denke, das ist das, was mir daran sehr gut gefällt. Aber das ist dieses J'adore L'eau. Das ist ein bisschen leichter noch als das normale J'adore. Und das gefällt mir auch echt gut. So, dann habe ich hier eins von Prada. Noch nicht ausgepackt, kann ja auch nichts zu sagen. Dann mag ich auch sehr gerne das Tresor in Love. Wo ist es denn? Das ist, glaube ich... Ja, hier so ein kleines, auch so ein Pröbchen Tresor in Love. Das mag ich auch sehr gerne. Ich mag auch das normale Tresor ganz gerne, weil das hat meine Mama früher immer getragen. Das ist natürlich mein typisches Mama-Parfum. Mag ich an mir selber aber nicht. Also, ich mag dieses Tresor in Love gerne, aber an mir selber mag ich das normale Tresor nicht. Dann haben wir noch das hier. Das hätte ich auch noch nicht gerochen. Oh, doch, habe ich wohl... Mag ich jetzt nicht so gerne. Was haben wir denn hier noch? Schade ist natürlich dann, wenn die Parfums dann so eintrocknen, obwohl sie im Schrank waren. Und obwohl sie, ja, eigentlich eingepackt waren. Weiß ich nicht, wie man das dann... wie das dann verdampfen kann. Okay. Die kommen in den Mülleimer. Ich habe noch sieben Minuten. Sehr schön. Dann Eskada Absolutely Me. Boah, ist lila, ne? Kann ich jetzt aber nicht wirklich was zu sagen. Aber Eskada-Parfums finde ich, wie gesagt, ein bisschen schwierig. Es sei denn, es sind diese Sommer-Düfte, die hier sind ganz okay, aber würde ich mir jetzt auch nicht unbedingt kaufen. Dann mag ich auch sehr gerne Boss Orange. Wohl ganz viele Leute das ja total furchtbar finden. Aber ich finde das Boss Orange eigentlich ziemlich cool. Dann habe ich Kenzo Amour. Und die Kenzo-Düfte finde ich eigentlich auch immer sehr nett. Aber die sind auch recht teuer. Und es hat mich noch kein so komplett umgehauen, dass ich dachte, oh, das musst du jetzt haben. Dann habe ich hier so ein Marc-Narciso Rodriguez. So ein kleines auch. Das ist eigentlich auch ganz nett. Dann gucken wir mal die Frisur. Das ist auch cool. Aber da sind jetzt alles nicht so Düfte, die mich so ultra umhauen. Was ist das denn? Nein, das kommt direkt in den Müll. Black von Kenneth Kowu. Solche Düfte kann ich nicht ausstehen. Dann finde ich auch ganz schlimm Thierry Mugler-Düfte. Ja, Entschuldigung, aber da muss ich echt brechen. Ich mag auch sehr gerne das Miss Dior Chérie von Dior wahrscheinlich. Und weil das hat so einen ganz niedlichen Duft eigentlich. Ja, und dann, was mag ich denn so? Also das waren jetzt alle meine Parfums, die ich habe. Was mag ich eigentlich sonst noch ganz gerne? Ich mag gerne das rosane Donna Karin New York Äpfelchen. Und das grüne eigentlich auch, aber das rosane lieber. Ich mag sehr, sehr gerne Jill Sunder Pure. Das liebe ich auch über alles. Das ist auch so richtig geil. Und ein rosanes Gucci-Parfum. Irgendwas mit Rose. Ach, ist ja auch egal. Ich bin auf jeden Fall eher der blumige, leichte Typ. Auch wenn manche Parfums danach jetzt nicht so aussahen. Aber das sind so die Düfte, die ich eigentlich am meisten ansprechen. So, ich hoffe, euch hat mal eine kleine Parfumsammlung hier. Wie gesagt, ich habe eigentlich jetzt mehr Bröbchen als wirklich richtige Parfums, weil mir das einfach zu teuer ist. Ich kaufe mir selbst eigentlich keine Parfums. Es sei denn, es sind diese Preislärten. Also entweder kriege ich sowas halt geschenkt. Aber ich würde mir jetzt auch eigentlich zum Geburtstag nicht unbedingt ein Parfum wünschen. Aber wenn ich jetzt einen Gutschein habe und mir gefallen die Sachen, dann würde ich mir auch schon mal ein Parfum kaufen. Aber eigentlich bin ich nicht so der Parfum-Kauf-Typ. Weiß ich auch nicht. Ja, auf jeden Fall war es das jetzt. Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao.